Ja, 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 wir sind frei geboren mit den gleichen Rechnen und Dachnererzogenen in zwei Geschlecken in soziale Rollen eingetöpft zu werden. Frauen geschöpft, die Männer haben die Macht, sie lassen nicht Frauen in die dominante Schicht. Durch die lange Nacht der Geschichte sind wir noch nicht aufgewacht. Mary was the front, auf dem Tagosch. Sie wollen nicht aufgewacht. Schönen wir den Firestone! Ja, ja, ja. Wir haben immer eine Theorie, egal wie es heißt, jetzt ist es aus, wir sind bereit, Gerechtigkeit und Freihäufe aller Frauen weltweit. Mary Walsh am Cross, Oliver Gush, Simon, der Wolfgang, Shalom, der Tigerstone. Ja, 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 es ist nicht nur eine Ungerechtigkeit, es gibt so Gewalt und Grausamkeit in extremen Formen, wenn wir beharmen auch die Normen. Mit unserem Verstehen, es kann nicht weitergehen, unsere Töchtern Ehren, sie müssen sich wehren, die Normen aufhören, dass wir der Schaß in den Stühlen. Mary Walsh am Cross, Oliver Gush, Simon, der Wolfgang, Shalom, der Tigerstone. Es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Vorlesung halten. Wir waren gespalten, wir haben zusammen gehalten, immer noch nicht die gleichen Rechte erhalten.